Ja, YouTube, da sind wir wieder. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten habe ich mich dazu bewegen, noch mal eine Folge Kommandos 2 aufzunehmen, obwohl ich so gar keinen Bock darauf hatte. Wurde euch nicht, ich habe die Framerate-Rati unten erst mal drin gelassen, weil in letzter Zeit hatten wir echt Probleme mit Fraps. Fraps ist bei Verbotten hoch abgeschmiert, hat einfach nicht mehr aufgenommen, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen. Bei Kommandos 2 waren die Aufnahmen kaputt, da war nur noch ein wirres Geraschel zu hören. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und jetzt kriege ich wenigstens mit, wenn die Aufnahme mal irgendwie abspackt. Da kann ich mich eben darum kümmern und nehme nicht sinnlos auf, weil jetzt haben wir das Problem, aus der vorherigen Folge vielleicht schon bekannt, ein kleiner Teil der Mission fehlt jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal nachhole, vielleicht schaffe ich das irgendwie mit abgespeicherten Speicherplätzen irgendwo in einem Verzeichnis oder so, mit dem Scheiß kenne ich mich nicht aus. Aber egal, wir fangen einfach wieder an. So, wir sind hier letztendlich stehen geblieben bei... ...einen erwischen Kameraden, genau. Woher zeigt die denn die ganze Zeit die Sammlierung? Naja, egal. Also vielleicht können sich ja einige noch daran erinnern. Eigentlich müssten es gar nicht mehr. Ich bin grad verpeilt. Wir müssen jetzt die Flakke Schütze hier unten ausschalten, ohne natürlich entdeckt zu werden, wie üblich. Und ich bin grad überlegen, wie wir das bekommen. Das wird der Primary Draht hier unten ist ganz einfach so schlecht, die Sieg. Bemerkt man da unten sowieso fast nicht. So. Jagen wir hoch. Seidiger sind die ganze Zeit. Wir haben ein Verlust. Ach, so der Typ dreht völlig am Rad. Wir haben uns angegriffen. Ja, dann renn doch hin. Wir haben ein Verlust. Wir haben einen Kameraden erwischt. Äh, kranker Kerl. Wir haben einen Verlust. Schnell mal die Musiklaufgeschichte. Ein bisschen höher. Optionen, Soundoptionen. Zubefehl. So. Ich hoffe, man kann dich jetzt so ganz gut hören. Ich kann das natürlich erst im Endeffekt daran ziehen. Aha. Hm. Hm. Sind hier irgendwelche Leute zu sehen? Wenn schon weg, Sir. Na klar. Wenn schon weg, Sir. Wenn schon weg, Sir. Also hier scheint mich jetzt niemand zu sehen, wenn ich jetzt hier langlaufe. Wenn schon weg, Sir. 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 Kinder Spiel Aha war ja klar also die ganze Scheiße noch mal so Moment mal wo bist du? Ja Boah, den Typen scheide ich jetzt aus, ich hab keinen Bock mehr mehr drauf Wie kann man so aggressiv mehr? Sie haben einen Kameraden erwischt Zu ihren Diensten Sie haben einen Verlust Das ist mein Ding Sie haben einen Kameraden erwischt Zu ihren Diensten Sie haben uns angegriffen Das ist mein Ding Sie haben einen Kameraden erwischt Das ist mein Ding spoого Ben schon weg, Sir Ben schon weg, Sir Kinderspiel! Das ist mein Ding! Kinderspiel! Überlasst das Kinderspiel! Überlasst das mir! Boah, das hat ja bestialisch genervt! Sie haben uns angegriffen, bla bla bla! Oh Gott, wie kann man uns das so nerven? Das ist erledigt! Ein Kinderspiel! Das ist mein Auftrag! Endlich! Das war's! Zu Ihren Diensten! Die beiden neuen Bauerräder sind unwichtig! Zu Ihren Diensten! Jawoll, Sir! Okay! Ja! Ben schon weg, Sir! Na klar! Na gut, dann fangen wir mit der ganzen Kacke jetzt wieder von vorne an! Hm, hm hm hm! Der sitzt immer noch hier hinten mit dem Drucker, den kann man gleich rausholen! Wenn hier oben alles gut säuber ist! Äh... Zu Ihren Diensten! Das ist mein Ding! Ja! Lasst uns dorthin gehen! Diese Grundassition ist übrigens falsch! Jedes Mal wenn wir ihn sagen, lasst uns dort rumgehen, guckt er da nur hin! Wenn wir sagen, sie mal da! Dann... geht er da ein! Das ist ein bisschen verwirrend! Wenn schon weg, Sir! So, hier einmal kurz schnell speichern! Wir haben uns angegriffen! Na klar! Na gut, los! Riva riva! In das Spiel! Warte! Ben schon weg, Sir! Überlass das mir! Komm, tschüss! Bin überlass das mir! Ist erledigt! Geh noch wehen! Geh noch mal schnell speichern! Das ist mein Ding! Lass uns dorthin gehen! Wenn schon weg, Sir! Probieren geht ja bekanntlich über Studieren! Aha! Überlass das mir! Perfekto! Das ist mein Auftrag! Das war's! So! Dann können wir jetzt gleich den Dieb raus... Nein, wir können ihn nicht zur Sprengladung anbringen! Perfekt! So! Jawohl, Sir! Bin auf dem Weg! Das war's! Bin schon weg, Sir! Das war's! Ich bin schon weg, Sir! Das war's! Ich bin schon weg, Sir! Ich weiß nicht warum! Wenn jemand eine Lösung dafür kennt, bitte melden! Das war's! Das ist dermaßen zu kotzen! Aber deswegen, ja, ja, hab ich jetzt die Zahl hier unten, dass ich das mitkriege, dann hab ich sofort abgespeichert und hab Fraps nochmal neu gestartet! Das ist natürlich keine Dauerlösung! Bin auf dem Weg! Bin ich ganz ehrlich, da brauchen wir was besseres! Ja! Und jetzt hab ich mich voll verkackt hier... Das ist mein Auftrag! Jagen wir hoch! Bin unterwegs! Ging schnell, oder? Jagen wir hoch! Ging schnell, oder? So, unser Kollege hier wird jetzt... Nicht einen Sprengsatz bezieht! Der Hund hatte einen! Oh, der hatte noch einen! Ja, Sir! Ja, Sir! Ging schnell, oder? Ey, diese Fliege... So... Hier guckt keiner hin, ne? Jagen wir hoch! Kurz schnell speichern... Ich weiß auch nicht warum man da jedes Mal so abkackt wegen so Speicherbildschirm... Aber wie gesagt, lass die Nummer jetzt lieber auf dem Bildschirm drauf... Jagen wir hoch! Ob das mit von Gott noch 2 und... Korb die die auch klappt... Jagen wir hoch! Weiß ich nicht... Genau... Knapp Kompagnon, auf! Ja, Sir! Jetzt sehen wir auch mal ein schönes Kaboutchen... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Inte! Die haben einen Kameraden erwischen! Eh... Nein! Ho, Offiziere können dich enttarnen! Terrtum! Oh! Hä, hätte ich die verstecken sollen?! Und... Ihr habt nix gesehen. Gar nix. So, jetzt guck mal, haben wir schon zwei Flackgeschütze zerstört, jetzt fehlt nur noch... Hier ist keins mehr, oder? Ach, nö. Da ist noch eins, also hier für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Das war's, dann hab ich's geschafft. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Awe können Typen mir endlich rausholen. Dafür bin ich wie geschafft. Für unsere Zwecke, das brauchen wir auch. Der sieht aus wie 17,16. Der hat mich an meinen Nachbarn. Der sieht genauso aus. Gute Idee. Kann ich den da oben einfach so ausschalten? Da guckt der eben... Jetzt wird's langsam echt einfach. Das ist mein Auftrag. Bin schon weg, Sir. Na klar. Das war's. Bin schon weg, Sir. Bin schon weg, Sir. Überlass das mir. Überlass das mir. Überlass das mir. Schnell nehmen die Leiche! Das ist mein Auftrag. Oh, macht der eine Handgranate? Nein, warum nicht? Das war's. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das war's. Wo die Rakete. Der hat sowieso kein Gewehr mit. So nach prähistorischem Kias. Das war's. Das ist mein Auftrag. Fragen Sie mich nicht sowas, Sir. Okay, der sieht mich nicht. Ich versuch mal was. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Er wird jetzt gleich da hinkommen. Wenn ich Glück habe, er sieht die Zigarette klettert da hoch. In dem Moment, wo er der Tür den Rücken zuwendet, gehe ich raus und erstech ihn. Ich wieder eine Figur los. Ähm. Oh, bitte lass es machen, dass er hinläuft. Ja, er geht hin. Migusta. Ja, war schön die Leiter. Lass dir zahlen. Ist erledigt. Überlass das mir. Perfekto. Und auch du kannst jetzt ab mit rein hier mit deinem Kollegen da kuscheln. Das ist mein Auftrag. Das war's. Da ist sowieso nichts Wichtiges mit. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Meine Sache. Das war's. Das war's. Das ist mein Auftrag. Meine Sache. Das war's. Das ist mein Auftrag. Ich bin schon weg, Sir. Ich bin schon weg, Sir. Ich bin schon weg, Sir. Das ist mein Auftrag. Ist erledigt. Überlass das mir. Gut. Das sind Bauarbeiter. Die schlagen keine Alarmen. Das ist mein Auftrag. Richtig lustig. Äh. Eine Flasche. Puh. Das war's. Das ist mein Auftrag. Ach komm. Zu weg. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Kaki! Kinderspiel. Überlass das mir. Ben schon weg, Sir. Aha. Das hört er auch überhaupt nicht, wenn er über diese Parkett-Fragen läuft. Er hat wahrscheinlich nichts mit. Soll ihn noch abnehmen. Sein Handtun? Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Bonus! Gift! Ja! Was wird von einem Gift tun? Das war's. Das ist mein Auftrag. Slaftabletten. Das ist der Hilfkoffer. Ja! Das war's. Ich bin schon weg, Sir. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier, ein Schnellsprecher vor mir. Wie banal. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Eigentlich sind die Deutschen hier ja total behindert. Wenn man das jetzt mal so scharfkantig sieht. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Er dreht sich jetzt um und müsste eigentlich die Flasche sehen. Wir haben einen Verlust. Hoppala. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das war's. 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 Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das ist erledigt. Kinderspiel. Überlass das mir. Das ist erledigt. Überlass das mir. Gleiches nochmal, aber ohne diesen Auffallfehler. Ja, nehm doch das Messer, mein Gott. Das ist mein Auftrag. Meine Sache. Das ist mein Auftrag. Behindert. Echt. Behindert. Bin schon weg, Sir. Na klar. Das ist mein Auftrag. Das war's. Trink. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das ist erledigt. Das ist mein Auftrag. Das war's. Überlass das mir. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. 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 das Behindertste, was man eigentlich machen kann? Ja, lasst uns dorthin gehen. Das ist mein Auftrag. Ja, wenn du hier so rumbrüllst, dann wird das eh nichts. Überlass das mir. Gut. Tschüss, Kompanie. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das ist mein Auftrag. Das sind ja nur KIs. Gut. Darin können wir auch verarschen, das ist einfach. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Das ist mein Auftrag. Überlass das mir. Ist erledigt. Kinderspiel. Dass er den jetzt nicht gesehen hat. Das ist mein Auftrag. Das war's. Das war's. Schwache Leistung. Das ist mein Auftrag. Jawohl, Sir. Bin auf dem Weg. Nicht, dass hier irgendein Offizier steht, der mich gleich wieder enttarnt. Da hätte ich gar keinen Bock zu. Das war kein Problem. So. Folgende Situation. Jawohl, Sir. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020